immer noch saukalt dhl war da hallo leute hat uns hier dieses häckchen gebracht da kann man paket dazu sagen da kann man paket dazu sagen steht auch drauf dhl paket deutschland und eu wir gehören zur eu oder die eu wird umgeschichtet was für die leute macht und ich für ihre propagandisten ja ja ich war fast eingemachtes oje ein zettel ja den aufbau und zusammenbau werde auf jeden fall im live stream miterleben möchten sie klasse western dampflok mit schienenkreis unsere zuschauer sind immer verrückter jetzt muss ich ich muss mal hier ja ist doch genial aus keine aufkleber alles druck mit licht so schön was sagen der nicht aber das ding gehört nach klein batteriebetrieben nein cool genial ja da freue ich mich drauf also 1000 dank und es wird im stream aufgebaut versprochen ja ja dann würde ich sagen vielleicht kommt ja noch mal was da kommt noch was dran ja ja dann sage ich jetzt nichts mehr hallo leute kam es war da wir haben zugepackt hat uns ein schickes päckchen gebracht ja ja direkt aus der kalten umgebung mit hoffen das ist nicht schaltverpackt hier mit dem auto dann tun die sich nämlich bewegen die sich nicht ja jetzt bin ich gespannt ich sehe schon da oben irgendwas so das darf ich schon mal vorlesen paketen inhalt hüftgold kümmer gut geworden batman der joker tasse halloween kommt bald steht dahinter heft eventuell als giveaway 1000 dank da hier das könnt ihr euch lesen steht kein name drauf genau das dankeschön für die hilfe beim einrichten des diskurs und die super nette aufnahme in den stream stadt liebe grüße namen lasse ich weg danke tausend dank das tue ich auch wieder rein und dann wollen wir mal schauen das hüftgold das interessiert mich der rest rauch sehr schön dankeschön ja spekulatius lecker fliegt er aus jetzt wahnsinn dankeschön beide aus eine tasse nightmare before christmas geil super herrlich so und dann hier sind ein paar hefte als giveaway oder bei uns einsortieren tausend dank dafür werden wir das gucken ja auf jeden fall denn wir haben immer wieder hier junge leute die sowas gerne haben ja da wird kein weg vorbei genau wir wollen die tasse sehen geil tim burtons nightmare before christmas dafür kann ich jetzt schon versprechen geben jedes halloween wird die hier draußen bei uns im laden stehen ja so ich bedanke mich recht herzlich dafür ich auch herrlich wunderschön toll überraschung ja dann würde ich sagen das war's für heute ja und wir verabschieden uns mit wir sehen uns im nächsten video schöne tschüss hallo leute dhl war da und hat uns dieses riesen paket gebracht der hat ganz schön geschwitzt wie er reinkam ja so kalt ist es draußen ja wir wissen von wem es ist haben extra die adresse abgeklebt und da gemacht okay dann machen wir es halt so oh warte ah das ist schön das ist fantastisch das sind stromleitende schienen verpackungsmaterial inklusive briefmarke was hat er denn da gemacht hat so rum die alten die ist noch okay die briefmarke ich tue es mal auf die ecke pappen so erkältungsthee das ist bestimmt für dich viel 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 oh warte ja es ist für dich hallo ihr lieben beiden hier schicke ich euch schicke ich euch die versprochenen schienen und da immer so viel hustet ein bisschen was dagegen gruß eure nervensäge das könnt ihr gerne lesen das ist nichts schlimmes ja danke thomas ja er fängt schon an zu husten nur damit das nehmen darf hier kommen haste ich werde mir gleich hier eins von den husten bei uns mal probieren tausend dank ja da kommt bestimmt noch irgendwas oder wo oder so ja auf jeden fall gut so aber Vielen Dank.